ok gut ich habe schon gewundert warum acht runden eingestellt stand aber die strecke ist nicht so lang das erklärt das ist auch ein schönes bild ich kann fliegen acht runden ja auch so scheiße nur wahl wieder nur oder so traue nichts was aus der straße ausragt na gut das recht ist nicht so lang es kommt jetzt gleich jetzt ja die geht auf 45 sekunden ich traue ich habe jetzt nicht von mir gut ausgekontert jetzt habe ich gerochen jetzt habe ich gerochen was du vorhattest das war keine absicht ich glaube ich hätte drehen wollen hätte ich das getan aber so bin ich nicht wir machen frei flug oder hat aber sich eingebildet aber an sich eine geile strecke sind für ein kurzes knackiges rennen mit ein paar leute keine strecke ich glaube mit 8 und kontakt hier ist glaube ich dann echt irgendwann ein bisschen sehr viel sie kannst du nur mit leuten zack mit dem zusammen ausspiel ich kann ja wenn es dabei ist die kleine nicht so weg da kannst du dich so nebeneinander an den kurven fahren die juckt das nicht die drehlich und kleinlich auch nicht weg ich wollte eigentlich zu machen ich hab mir nicht gerechnet dass du da reinkommst die lücke weil ich das errechnen nicht richtig damit ich habe es mal raus vor allem da ragt auch noch der feld zu reisen ich mache ich mache dir nur versuchte die waren zuzumachen jetzt habe ich dich da passt doch noch ein auto dazu schnell alles gut ist leicht berührung so egal so lange jetzt nicht bevor ich jetzt bist du weg ich habe fehler drin gehabt grempelt habe ich dich nicht alles gut war zwar ein paar mal knapp aber wir haben wir haben uns zwei dreimal berührt aber die schwimmen alles ist gut wie gesagt wenn ich nicht hätte wegrollen wollen also wegdrehen wollen hätte ich gemacht alles im rahmen eines harten zweikampf jetzt war es da jetzt bin ich raus jetzt hat mich nämlich einmal komplett weg gedreht jetzt bin ich auch nicht vom baby noch erwischt werde die überrunde ich jetzt hier noch die ist weit weg was soll ich dachte ja weil die war eigentlich nicht so weit weg baby hau ihn weg macht den sven nachdem dass wir sein leben lang hören das vergesse ich niemals die aktion wenn er überhaupt noch zu guckt er interessiert sich nicht mehr für uns oder keine ahnung egal du bist noch ins ziel gekommen oder kev naja du bist noch ins ziel gekommen oder kev naja ich hatte dann doch mal ziemlich bösen abflug damit war es immer durch aber doch tor war eigentlich ganz geiler zweikampf ja wie gesagt ich hatte dann den quersteher dann war für mich ende dann kam ich auch nicht mehr an blablabla 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017